So klein wie ein Handy, so genau wie die Polizei. Der ACE2 passt bei jeder Party auf sie auf. Der Test mit Kalibrierflüssigkeit beweist die hohe Messgenauigkeit des mehrfachen Testsiegers. Laut ARD-Ratgebertechnik steht der ACE2 dem Referenzgerät von Dräger in nichts nach. Der Alkoholtester lässt sich mit nur einem Knopf komfortabel und problemlos bedienen. Für eine hygienische Messung liegen dem ACE2 mehrere Mundstücke bei. War es vielleicht doch ein Bierchen zu viel? Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Gefühl, sondern lieber auf den ACE2.